Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered bei Baden TV. Ich bin total zufrieden, weil die Bedingungen richtig gut waren zum Trainieren. Wir hatten tolles Wetter, wir haben ein gutes Hotel, wir haben einen Platz, der gut war, der direkt am Hotel liegt, keine langen Wege, keine Zeitverluste, gute Stimmung in der Mannschaft. Ich finde auch richtig gute Trainingsleistungen, gute Spielleistungen, von daher wenig Verletzte, also ein rundum gelungenes Trainingslager. Ich denke, dafür sind wir ja die letzten Jahre bekannt, dass wir wirklich jeden aufnehmen und sehr gern aufnehmen, der neu dazugekommen ist. Und dann passt das auch, wenn jeder seine Arbeit macht und die Regeln, die wir haben, einhält, sind wir eine Truppe, die für jeden Spaß bedeutet und mit der man alles machen kann. Wir führen einige Gespräche gerade und sind da auch im einen oder anderen Fall optimistisch, aber ich bin da auch ein bisschen abergläubig und wir sind ganz gut damit gefahren, dass wir erst dann konkret was sagen, wenn die Dinge auch in trockenen Tüchern sind. Bei Orle freut uns das alle sehr, dass der Käpt'n an Bord bleibt. Ein ganz tolles Signal, jetzt nach dem etwas schwierigen Halbjahr, dass der Käpt'n bei uns bleibt. Ich bin natürlich glücklich, dass mein Wunsch hier beim KSC zu verlängern jetzt noch in Erfüllung gegangen ist. Und ja, und für mich war es wichtig, mir und meiner Frau eine Zukunft zu geben. Und ich denke, das muss ich mich beim KSC bedanken, dass er mir das ermöglicht. KSC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.